Hallo und willkommen zu Darius Comicschule und heute seid ihr dabei, wie wir sozusagen aus, also ihr könnt mitmachen, das ist eine Mitmachaufgabe, eine Hausaufgabe und heute gibt es sozusagen, wie wir aus Text, diesem Text, also eine Seite Comic machen. Das ist praktisch eine Comicseite als Hausaufgabe. Ich mache damit, ihr macht damit, jeder macht es so gut wie er kann. Und die Hauptsache dieser Aufgabe ist praktisch nicht nur irgendwas zustande zu bringen oder wie zustande zu bringen, sondern die Hauptaufgabe dieser einen Hausaufgabe ist sozusagen, dass man anfängt, Fun hat oder Spaß hat, sozusagen ein bisschen den Prozess lernt und auch die Seite fertig macht. Wir können, wenn wir möchten, den Prozess teilen, also ich zeige auf jeden Fall die Seite, die ich dann gemacht habe. Ihr könnt mir eure Seiten dann zuschicken per Instagram, Facebook oder E-Mail, wir können auch gucken. Genau, also hier habe ich schon mal ein paar Beispiele. Das ist sozusagen, später können wir den Text umwandeln in Thumbnails und den Text können wir auch umwandeln in Layouts, wie denn unsere Seiten aussehen sollen. Und von diesen Layouts, man kann zum Beispiel die Layouts scannen und sie ausdrucken in einem ganz, ganz leichten Hellblau. Das würde dann aussehen wie hier. Und dann, wenn die ausgedruckt sind in einem ganz, ganz leichten Hellblau, dann kann man sozusagen anfangen, darüber mit Tinte zu zeichnen, also schwarze Tinte oder Markern oder Pinsel und Tusche. So ist der klassische Prozess. Ich werde jetzt unten auch in den Timestamps, wie ihr seht, gehen wir durch alle Prozesse. Also fangen wir mal an. Ich zeige euch erstmal den Text, mit dem wir sozusagen lernen. Und dann gebe ich euch die Tools, die ihr braucht, erkläre euch ein bisschen. Wie gesagt, wichtig, ihr müsst es nicht übertreiben, ihr müsst euch keine Krise machen. Wichtig ist einfach, dass ihr Spaß an dieser Sache habt. Und es gibt sozusagen einen Pferdetrainer und der sagt, die Pferde, wenn man die schriezt, dann haben die keine Lust, sondern man muss denen immer Lust lassen, dass sie noch Lust auf mehr haben. Und dann lernt man auch gut. Das versuchen wir zu implementieren. Also, ich gucke mal, vielleicht zoome ich hier ein bisschen rein. Und dann gehen wir hier in die Aufgabe. Also, zuerst mal der Text. Ich hoffe, man kann den lesen. Ich habe jetzt nicht super, super leselich gelesen, aber das wäre sozusagen die Marvel-Style-Synopsis. Ich lese sie euch vor. Ihr könnt hier pausieren und abschreiben. Also, oder, und da gibt es kein Besser oder Schlechter, ihr könnt sozusagen den Full-Script-Stil wählen. Ich muss sagen, ich dachte, ich bevorzuge immer den, aber jetzt habe ich in dieser Aufgabe diesen Full-Script. Tatsächlich fand ich den ein bisschen zugänglicher, aber wir werden gleich sehen, was die zwei Methoden auf sich haben. Also, Marvel-Style heißt folgendermaßen, der Schreiber schreibt einfach nur, was passiert auf der Seite, was die wichtigen Punkte sind, was zu sehen ist, was passieren muss. Und der Zeichner gestaltet sozusagen die Geschichte dann mit den Panels auf der Seite, so wie ihr es dann hier seht. Also, Nacht, Vollmond, ein Hügel, ein Mann und seine Axt stehen, bzw. steht, sollte das wahrscheinlich heißen, weil dann liest es sich besser. Also, jetzt könnt ihr pausieren. Nacht, Vollmond, ein Hügel, ein Mann und seine Axt steht, steht eine monströsen, ne, okay, steht einer monströsen Kreatur gegenüber. Diese Kreatur hat ihm alles genommen. Er schwitzt Blut und Schweiß rinnt von seiner Stirn. Es ist seine letzte Chance, das Monster brüllt ihn an, das Monster hat eine Narbe übers Gesicht vom Axt-Mann. Also, das sind so kleine Side-Notes vom sozusagen Autoren. Face-off, Auge um Auge, beide rennen aufeinander zu, bereit für den letzten Schlag. Naja, gut, jetzt könnt ihr sagen, was meint der Autor damit, was meine ich damit, das ist jetzt nicht so gut geschrieben. Was es auch ist jetzt, ihr müsst jetzt daraus zum Beispiel eine Comic-Seite machen, die dann zum Beispiel so aussieht. Und ihr nehmt dann diese Elemente und habt dann Spaß. Bevor wir jetzt anfangen, zeige ich euch noch die nächste Alternative. Also, Full-Skript-Stil. Also, hier könnt ihr jetzt zum Beispiel auch pausieren oder erst zuhören. Also, großer Panel. Wir sehen einen Mann mit Axt. Er steht einem großen Monster gegenüber auf einem Hügel. Nacht, Mondschein. Also, mehr Informationen gibt uns der Autor nicht. Aber das soll in den ersten Panel. Wir sehen, und dann der nächste Panel soll ungefähr so groß sein. Das ist die Anordnung, dieses 1, 2, 3, 4, 5. Aber die unten auf jeden Fall ein bisschen breiter, da hatte ich jetzt keinen Platz. Aber ungefähr, das ist die Anordnung. Wir sehen das Gesicht eines Mannes. Grimmig. Blut und Schweiß läuft über sein Gesicht. Dann nächstes Panel. Close-Up vom Monster. Riesennarbe über sein Gesicht. Knurren. Okay. Dann vier. Lange Einstellungen. Beide rennen aufeinander zu. Ich würde diesen Panel ein bisschen breiter machen. Aber wenn er denn so schmal sein sollte, dann... Und auf jeden Fall Speedlines. Also, und dann der finale Panel. Großer Panel. Der Mann springt auf das Monster. Axt über den Kopf. Beide nah aneinander. Oder Freeze. Tja. Das sind die Optionen. Also hier nochmal für den Fall, dass ihr es abschreiben wollt oder lesen wollt, was da zu passieren hat. Ich kann es auch nochmal so zeigen. Aber, ja. Das ist jetzt ja die Aufgabe. Also, jetzt komme ich Nummer 2 an die Tools. Spielt die Coverband Cloud und stehlt von euren Lieblingscomics, um zu lernen. Das heißt, ihr schnappt euch dann einfach eventuell ein Comic, das ihr rumliegen habt und guckt da rein. Und schaut euch an, okay, kann ich vielleicht dieses Gesicht verwenden irgendwie oder gefällt mir der Tisch oder sind da irgendwo Hände. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr Hilfe braucht, dann guckt euch diese Hilfe an. Dann Nummer 2, das Auge über die Seite führen. Also, ich zeige euch nochmal, was das bedeutet. Das Auge über die Seite führen heißt zum Beispiel, hier fängt das Auge an. Wir fangen hier an zu lesen bei den Lippen. Dann kommen wir so ein bisschen nach vorne, weil da die Sprechblase ist. Dann geht es hier nach oben zur Sprechblase. Und ihr seht schon, über diese Stühle, über diesen Mann, werden wir rübergeleitet zum nächsten Mann. Und von diesem Mann kommen wir wieder nach vorne am Tisch und kommen dann zu diesem Kerl hier. Und der schaut da rüber. Und dann kommen wir zur Brille. Hier sehen wir dann, also praktisch das Handy geht. Und dann nimmt der Typ hier den Hörer. Und vom Hörer, von seiner Hand, kommen wir nach unten, über die Brille, hier rüber zu diesem Kerl. Also, das ist sozusagen die Augenführung. Die geht hier so zack, zack, zack. Hier so runter, hier rüber, hier, 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 hier. Und so könnt ihr den Laser leiten. Das Gute daran ist, gleichzeitig entsteht jetzt, und das ist sozusagen Tipp 3, ein dreidimensionaler Raum. Das heißt, hier entsteht ein Raum in diese Richtung. Also, wenn ihr hier so einen Fluchtpunkt hinmacht, dann wisst ihr, ihr kommt hier so nach vorne. Ihr könntet hier hinten so einen Fluchtpunkt hinmachen und dann so Linien ziehen. Und dann wisst ihr, hier müssen die Stühle sein, hier muss der Tisch sein. Die Tasche, die Flasche muss ungefähr hier sein. Und, obwohl wir hier sozusagen auf der Seite nur flache Objekte sehen, sind die sozusagen alle so dreidimensional. Das kommen wir, das ist praktisch der nächste Tipp. Aber sozusagen diesen Stuhl, den könntet ihr euch vorstellen. Ihr habt ja in Mathematik so Geometrie gehabt oder den Tisch in Geometrie. Oder die Flasche, die besteht zwar nur aus, sag ich mal, zweidimensionalen Formen oder dieses Glas. Aber wenn ihr euch vorstellen würdet, hier wäre so ein Kästchen und das geht so in Richtung Fluchtpunkt oder der Kopf wäre so ein Kästchen, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr das Gesicht hinmachen müsst und wo die Ohren hinkommen. Weil dann habt ihr hier so ein Quadrat, so ein Kästchen und nicht einfach nur flache Formen. Das kann sehr helfen beim Zeichnen, auch von so kleinen Objekten oder von diesem Smartphone. Ich wette, bevor er das hier so hingezeichnet hat, hat er so praktisch dieses Smartphone als kleines Kästchen gemacht. Hier diese Pillen als kleines Kästchen gemacht. Die Pillen nach vorne, auch die Brille. Alles hat so seine 3D-Formen. Auch wenn ihr das hier seht, damit ihr das, sag ich mal, besser hinbekommt. Hier hat er so einen kleinen Zylinder gezeichnet, der nach vorne kommt. Hier eine Kugel, dann hat er hier so ein kleines Quadratchen gezeichnet. Und jeder einzelne Finger hat dann so seinen kleinen Zylinder. Und der Arm ist auch ein Zylinder und dahinter ist sozusagen das. Und nur, dass ich euch das sage, ihr müsst es nicht unbedingt anwenden. Ihr könnt zeichnen, wie ihr wollt und ihr solltet das auch tun. Aber ich wollte euch nur sagen, wenn dann nachher... Oft habe ich mich gefragt, warum sieht das nicht so aus wie das, was die jetzt machen und das lag dann daran. Also, den dreidimensionalen Raum erschaffen haben wir jetzt gehabt. Jetzt haben wir hier sozusagen diesen, also genau das. Und oft wird auch bei diesem dreidimensionalen Raum, das reicht auch, wenn ihr euch dann erhaltet, also ein Hintergrund, ein Middle Ground und ein Foreground. Hier haben wir auch ein Background, Mid Ground und Foreground. Die schwarze Farbe ist sozusagen der Background. Er ist in der Mitte und dann nach vorne ist ein bisschen Luft. Ist jetzt nicht der allerbeste Panel, um das zu erklären, aber wie ihr seht, das ist sozusagen Background, Mid Ground, Foreground. Wenn ihr euch nur an diese drei Sachen haltet, dass etwas im Hintergrund ist, weiter weg. Etwas ist ungefähr so in der Mitte und etwas ist ungefähr in der vorne. Dann klappt das immer. Ich gebe euch noch ein schnelles Beispiel oder beziehungsweise die Hand ist ja hier auch perfekt. Sozusagen Background, die Hand, Mid Ground, das Handy und Foreground, das Gesicht. Und wenn ihr das, sage ich mal, immer macht mit der Führung des Auges, dann habt ihr fast immer dreidimensionalität. Dreidimensionalität wie hier hinten, das Gesicht, Background, die Schulter, Mid Ground, die Waffe und Hand, Foreground. Also, dann geht es weiter. Überlappung ist sozusagen das Nächste, dass sich Dinge überlappen. Wie gesagt, das ist der kleine Theorie-Teil jetzt, bevor wir dann anfangen. Hier überlappt zum Beispiel dieser Kerl diesen. Hier überlappt zum Beispiel die Brille, überlappt diese Pillen, die Pillen überlappen das Handy ein bisschen. Hier überlappt die Hand, den anderen Arm, der Arm, das Gesicht. Das Gesicht überlappt ein bisschen das Handy, das Handy überlappt ein bisschen Ding. Aber wie gesagt, ich sage es nur, das muss nicht immer angewendet werden, aber ich wollte es mal nennen. Und dann, wie gesagt, diese 3D-Boxen schaffen, dass man sozusagen spürt, hier ist bestimmt irgendwo noch so ein Auto. Aber alles hat sozusagen seine Dreidimensionalität. Man könnte jetzt sagen, verläuft hier so ein Viereck und das Gesicht ist so ein Viereck. Oder stellt euch diesen Typ als Quader vor. Dann seht ihr, dass sozusagen diese dreidimensionale Linie, da wo der Boden verläuft, verläuft auch das. Und ihr stellt euch vor, wie bei Mathematik, in Geometrie, wenn ihr sozusagen diese Vierecke oder Quadrate baut, mit den unsichtbaren Ebenen hinten, dann hat der sozusagen hier auch lauter so Quadrate geschaffen, um da die Häuser reinzumachen und die Männchen. Und auch das hier, hier ist irgendwo so ein Fluchtpunkt. Und hier hat er so praktisch so ein kleines Quadrat aufgebaut, um den Charakter dahin zu setzen. Aber das kommt dann mit der Zeit. Also, dann kommen wir jetzt praktisch zum nächsten Punkt. Was machen wir als nächstes? Was ich empfehlen würde, beziehungsweise ich zeige euch jetzt Thumbnails. Es gibt so zwei Varianten, oder man kann auch das anders machen. Aber es gibt sozusagen die Thumbnails, die Daumennagel, wie ihr seht, sieht so ein bisschen aus wie ein großer Daumennagel. Und wenn ihr sozusagen nicht wisst, welches Bild ihr zu eurem Text haben wollt, lohnt es sich zum Beispiel auf eure Seite sechs Daumennagel zu machen oder mehr oder auch weniger. Und dann könnt ihr in diese Daumennagel, ich gehe mal jetzt nach unten, zoomen wir mal ein bisschen rein. Ich hoffe, man sieht es. Na? Okay, ich glaube, das wird es so tun. Also, dann gibt es jetzt praktisch die Methode, man geht in die Daumennagel rein. Und wie ihr sehen könnt, also, ich zeige es hier nochmal. Hier gibt es jetzt zum Beispiel, ah, okay, große Panel, wir sind ein Mann mit einer Axt. Dann könnte ich jetzt diesen Text theoretisch hier übertragen in diesen Daumennagel. Und der Daumennagel hat oben das Bild und da ist jetzt noch gar nichts drin. Und wenn ich nicht weiß, was ich für ein Bild dazu habe, dann ist es zum Beispiel gut, hier den Text einzutragen. Und dann steht hier zum Beispiel Nacht und Mondschein. Und dann habe ich sozusagen diese Szene runtergebrochen auf diesen Daumennagel. Und dann kann ich da sagen, okay, wir brauchen einen großen Panel, wir sehen einen Mann mit einer Axt. Okay, Mann mit Axt. Check, der ist hier. Und dann sagen wir, ein großes Monster. Und das große Monster ist vielleicht hier. Und der hat hier so Clown. Und Augen und Hörner. Und hier so eine Zunge. Und andere Clown. Und dann haben wir hier sozusagen das Monster. Ihr könnt es anordnen, wie ihr wollt. Und dann haben wir irgendwie Hügel und einen Mond. Und es ist Nacht. Und dann seht ihr schon, wenn ihr sozusagen noch kein Bild dazu habt, dann hilft euch das, das hier einzutragen oder zumindest zu notieren. Ich habe auch dann zum Beispiel schon den zweiten Panel genommen. Wir sehen das Gesicht eines grimmigen Mannes. Und da habe ich zum Beispiel, wusste ich jetzt nicht genau, also ich wusste schon, aber ich sage mal, als Beispiel wusste ich nicht genau, was für ein Gesicht eines grimmigen Mannes. Und dann habe ich zum Beispiel ein Comic von meinen Helden genommen und habe dann reingeguckt und habe gesagt, okay, wisst ihr was? Ich nehme hier so ein ähnliches Gesicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das ungefähr abgezeichnet. Und jetzt weiß ich, okay, Gesicht eines grimmigen Mannes mit Blut und Schweiß. Okay, dann sind wir jetzt bei Panel Nummer 3. Und das ist jetzt das Beispiel, das ich euch jetzt zeige. Okay, da steht dann Close-Up von einem Monster, Naube über sein Gesicht. Okay, dann denke ich so, hm, wie sieht denn jetzt ein Monster aus? Vielleicht, ähm, vielleicht könnte ich jetzt, vielleicht passt dieser eine Typ hier oder vielleicht finde ich in einem anderen Ding einen Monster, aber ein Monster hat ja meistens. Also, dann würde ich das hier eintragen, zum Beispiel, oder könnte ich, ähm, damit ich wüsste, also das ist der Text und das kommt da rein. Aber Close-Up von einem Monster, okay, gut. Dann sagt man, der hat ganz riesige, buschige Augenbrauen, ähm, und vielleicht hat er nur so schlitzige Augen, okay. Und, ähm, vielleicht hat er nur so eine kleine Nase oder vielleicht so wie so ein, man weiß es nicht genau, ähm, was steht da noch? Riesennarbe über sein Gesicht. Okay, dann machen wir den Riesennarbe so über das Gesicht. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie eine Narbe aussieht, aber das könnte man jetzt dann recherchieren oder nachgucken. Aber zumindestens, okay, Riesennarbe übers Gesicht. Und dann steht da Knurren. Dann denke ich, okay, wie knurrt einer? Da könnte ich dann ein Bild zum Beispiel googeln von einem knurrenden Bären oder knurrenden Auto, ähm, knurrenden Auto, knurrenden Hund oder Bären oder sowas. Und dann habe ich hier zum Beispiel schäumendes, weiß ich nicht, wie soll man das nennen? Aber das sieht doch schon ganz gut aus hier. Dann habe ich hier ein Monster, dann sage ich, okay, dann kriegt das jetzt solche Augen. Und ich mache jetzt zum Beispiel so ein haliges Monster. Das kann ja jeder machen, wie er will. Man könnte jetzt auch ein zehnäugiges Tentakelmonster machen. Aber das sieht doch jetzt schon gut aus. Und dann vielleicht hier so die Narbe über das Gesicht. Also das würde dann mit einer anderen Farbe sein. Aber dann hätte ich jetzt schon notiert oder festgehalten, was ich brauche. Und dann kann man zum Beispiel gucken. Nummer vier, lange Einstellungen, beide Rennen aufeinander zu. Und dann, also so wäre das zum Beispiel ein Thumbnail, Art und Weise. Ich zeige es euch nochmal genau. Hier habe ich sozusagen runtergebrochen, den ersten Panel. Wie gesagt, ich tue zuerst den Text rein und dann tue ich rein, was ich brauche. Und hier habe ich zum Beispiel das Gesicht des Mannes. Und hier habe ich dann diese Dinge. Und das könnte man jetzt scannen und dann am PC zum Beispiel in einem Photoshop oder was gibt es da, Gimp oder da gibt es ja verschiedene Programme. Könnte man das jetzt anordnen, so wie ich das jetzt brauche. Und dann könnte man anfangen, das mit schwarz. Also dann hat man sozusagen diese Ebene und noch eine andere Ebene. Und man inkt oder tuscht dann zum Beispiel digital über diese Skizzen. Es gibt auch noch eine andere Variante. Also das nenne ich jetzt Thumbnails und das nenne ich jetzt Layout. Und beim Layout, da zeichne ich eigentlich, also zum Beispiel habe ich das hier so gemacht. Da habe ich einfach nur praktisch eine Seite skizziert. Also und dann habe ich gesagt, okay, wir sehen einen Mann mit der Axt hier. Ich hoffe, man sieht das jetzt gut. Genau. Also ich zeichne es hier nochmal auf. Also wir sehen zum Beispiel, es ist Vollmond. Und dann tue ich hier so irgendwie anfangen und hier, weil ich merke, das Auge muss dann irgendwie so hin. Und dann tue ich, also meine Komposition geht immer dahin, dass ich sage, okay, wir haben hier einen Vollmond. Und dann sage ich, mein Monster verdeckt das Vollmond immer. Aber vielleicht guckt das Monster dann auch in diese Richtung so ein bisschen. Ihr seht, ich mache da eine Box hin. Meistens mache ich da keine Box hin. Aber hier steht dann vielleicht meine Figur mit der Axt. Und vielleicht sieht man so die Axt groß hier vorne und vielleicht trieft da Blut oder wir wissen noch nicht genau. Aber ihr seht, in diesen Layouts kann ich dann schon mal probieren, wie das alles aussieht. Hat der Typ zum Beispiel eine Rüstung? Sehen wir, was sehen wir sonst noch von dem? Ist hier nur eine schwarze Silhouette. Lauter solche Sachen kann man dann ausprobieren. Dann merke ich, okay, ich brauche noch Berge. Mond haben wir schon, aber ich könnte auch den Mond hier anordnen. Und es ist Nacht. Und dann mache ich das so. Und vielleicht sehen wir, dass beide irgendwie schnaufen, weil es ist irgendwie so kalt. Oder machen wir so Nebel rein. Und solche Sachen kann man machen. Also das macht dann jeder nach oder mit seiner Fähigkeit. Dann sehen wir das Gesicht des Mannes. Das habe ich hier zum Beispiel. Also wie ihr seht, ich ordne dann hier die Seiten an. Und habe dann hier so ein langes Panel und hier unten dann so ein ganz großes. Und dann sage ich, das, was ich da in den Thumbnails habe, übertrage ich hier. Oder wenn ich hier arbeite, dann, wisst ihr, was ich meine? Also nehmen wir an, ich hätte keine Thumbnails gemacht. Dann fange ich ja mit den Layouts an. Und dann sehen wir das. Und es kann auch sein, dass ihr praktisch, wenn ihr sowas habt, dann direkt das scannen könnt. Oder ich mache das meistens so. Ich mache die Layouts. Und dann tue ich das praktisch mit, auf ein A4 oder auf ein größeres Blatt. Sozusagen mit dem Lineal und mit einem blauen Stift. Nicht mit diesem blauen Stift eigentlich, sondern mit so einem Farbe Castell mit blauer Mine. Tue ich das dann einzeichnen. Und meine Seiten gehen praktisch von den Layouts direkt auf solche Seiten, wo ich ganz viele kleine Einzelheiten blau skizziere. Wo ich zum Beispiel sage, also ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt sieht, aber ich tue mal so. Nehmen wir an, hier hätten wir jetzt den Panel mit dem Mann. Dann weiß ich in den Layouts, okay, ungefähr so brauche ich das. Und dann ist praktisch hier, wo ich mir dann Mühe gebe. Wo ich dann ganz genau mit diesem blauen Stift sage, okay, wie schaut er, was sehen wir, regnet es im Hintergrund, hat er eine Rüstung an, sind da Stacheln oder so drauf. Und das ist eigentlich dann meine Hauptarbeit, wo ich dann alles reinstecke. Und wenn das sozusagen dann gemacht ist und wenn die ganze Seite dann steht, dann gehe ich rein und tue dann zum Beispiel die Text-Bubbles rein und fange an, dem Typen irgendwie einen Bart zu geben. Und so entstehen dann sozusagen meine Comics. Also wo ihr dann seht, wo dann die Leute richtig reingehen und sich richtig Mühe geben. Und wenn man das dann zum Beispiel scannt, dann bleibt eigentlich nur das Lineart übrig und eben, also Lineart sozusagen die Inks und nicht sozusagen dann die blauen Linien. Die kann man dann sozusagen rausradieren, sobald die Tinte getrocknet ist, kann man dann zum Beispiel das blaue, muss man nicht, aber man könnte es rausradieren. Und dann bleibt nur das übrig und habt ihr hier eine fertige Comic-Seite. Aber das ist sozusagen meine Herangehensweise an die Sache, wie ihr sehen könnt. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch einfach nur das praktisch als Bleistift oder Innenbleistift gezeichnet fertig machen. Und sozusagen, das wäre dann eure fertige Seite. Das könntet ihr dann weitergeben an denjenigen, der dann tuscht. Und der tut es dann zum Beispiel auf ein Lichtboard, also eine Lightbox, die gibt es mittlerweile ab 10 Euro irgendwie bei Amazon oder gab es mal. Dann tut ihr sozusagen dieses Blatt da drunter, tut ein anderes Blatt darüber, macht die Lichtbox an und dann scheint es durch und dann tuscht ihr sozusagen da drüber. Das habe ich auch schon gemacht. Bitte eure Lightboxen nie an eure Laptops anschließen, obwohl sie USB haben, immer separate Stecker für die Dinger kaufen. Ich habe die mal an meinem Laptop gehabt, dann hat das für einen Kurzschluss verursacht und dann ist mein Laptop auch für ein paar Tage irgendwie tot gewesen. Deswegen immer Lightboxen an externe Stecker anschließen, auch wenn USB-Stecker dran sind. Und ja, wie ihr sehen könnt, das Auge leitet uns von oben über die Axt zum Monster. Die Klaue des Monsters leitet uns runter wieder zum Gesicht des Mannes. Hier sein Schnaufen im Schnee oder auf diesem Hügel leitet uns rüber zum Monster. Wir sehen das Gesicht des Monsters. Wartet, lasst es mich noch ein bisschen schöner machen. Genau, also ich zeige euch jetzt einfach, was ich noch gezeichnet habe. Auf jeden Fall, so dann meine Layouts. Close-up von ihm, Close-up von Monster. Wie ihr seht, das sind ja auch nur grobe Skizzen momentan noch. Das kann dann auf jeden Fall nachher so aussehen oder eben so. Und da könnt ihr dran Spaß haben und wenn es dann scheiße aussieht, dann sieht es halt scheiße aus. Aber wenn es gut aussieht oder wenn es euch Spaß macht, dann bleibt am Ball. Also ich zeige euch, es kommen auch noch ganz viele Anatomie, wie sagt man, Übungen und wir lernen das. Und dann geht es praktisch runter und das Monster mit den Kinnen schaut so leicht in die Richtung. Und dann könnte man eben so machen. Ich habe das so gemacht. Das war mein erster Panel. Manchmal gibt es auch mehrere Layouts. Aber wie ihr sehen könnt, hier habe ich dann die Layouts sozusagen nochmal überarbeitet. Und hier sieht es ein bisschen dynamischer aus, wenn die so seitlich aufeinander zurennen. Das Monster von dieser Seite, eher mit der Axt von der Seite. Ihr seht, ähnliche Ideen, aber nochmal anders ausgearbeitet. Und nach diesem Video wird es auch eh ein Video geben, wo ich euch zeige, wie viel Arbeit drin steckt manchmal in den Layouts. Dass man verstehen kann, dass es wirklich ist, wie Filme machen. Das heißt, man feilt so richtig dran. Und dann der letzte Panel, als die sich, also der letzte Panel sagt, ähm, große Panel. Der Mann springt auf das Monster, Axt über dem Kopf, beide nahe aneinander, freeze. Und das war dann das Beste, was ich machen konnte. Und wie gesagt, hier habe ich noch nicht gewusst, dass zum Beispiel mein Monster eher so ein Werwolf ist. Und da habe ich dieses Monster jetzt eignet. Und hier kann man dann sehen, vielleicht geht ein Bein nach unten und ein Knie kommt dann nach oben. Und dieses Monster überlappt ihn, also ist praktisch vor seinem Gesicht und er schreit dann so, und dann freeze. Und dann auf der nächsten Seite gibt es dann die Action. Genau. Also ich hoffe, ich habe euch alles so mitgeteilt, was ich euch mitteilen konnte. Macht mit, wenn ihr Lust habt. Stellt Fragen, wenn irgendwas unklar ist, unten in den Kommentaren oder im Community-Post. Ich kann euch hier nochmal zeigen, für den Fall, dass ihr jetzt pausieren wollt. Das ist sozusagen Marvel-Style. Dann müsst ihr euch nichts an die Panels halten, die ich euch gegeben habe. Dann könnt ihr ein bisschen rumschieben. Oder, und ich tue jetzt gleich das nächste Script machen, oder ihr schnappt euch diesen Full-Script-Deal. Und wenn ihr Hilfe braucht, Fragen oder guckt im Video oder, oder, oder. Wäre schön, wenn ihr Sachen fertig macht und mir schickt per Facebook, E-Mail, Instagram. Wäre einfach ziemlich cool. Ich mache, glaube ich, auch so eine Seite. Und dann schauen wir uns das an und vergleichen das. Und dann kann ich Tipps geben und wir machen dann weiter mit allen möglichen Übungen. Wie gesagt, das ist erst der Beginn dieser Schule. Wir sehen uns. Und bis bald. In dem Sinne. Hooray.